Elat und Söhne, die Spezialisten für Abbruch, Rückbau und Recycling. Seit 1907 erfahren Sie bei uns die optimale Betreuung zu sämtlichen Abbruch- und Entkernungsobjekten. Seit über einem Jahrhundert sind wir auf den Gebieten des Teil- und Vollabbruchs, des Industrierückbaus sowie des herkömmlichen Rückbaus tätig. Immer wieder haben wir uns neuen Forderungen erfolgreich gestellt, wie zum Beispiel der fachgerechten Asbestsanierung und Entsorgung. Unsere qualifizierten Fachkräfte erledigen mit langjähriger Erfahrung sowie mit modernsten Maschinen und zahlreichen Spezialgeräten auch Ihr Abrissobjekt in jeder Hinsicht kompetent. Dabei kommen konventionelle Techniken oder entsprechend geeignete Sprengtechniken zum Einsatz. Wir arbeiten vorschriftsmäßig, in jeder Größenordnung und natürlich fach- und termingerecht. Elat und Söhne, über 100 Jahre professioneller Abbruch.